Hallo und herzlich willkommen bei SheLog. Die Rubrik, in der ihr gelandet seid, heißt Let's Play Pen & Paper. Was ihr wahrscheinlich wisst, da ihr sie ja anklicken musstet, um jetzt hier zu sein. Ja, also Let's Play Pen & Paper bedeutet nicht, dass ich jetzt hier im eigentlichen Sinne Let's Plays mache. Ihr seht jetzt zwar ein Video von Sternenschweif, wenn ihr mein Gequassel hört, das liegt aber hauptsächlich daran, dass ich die Idee zu dieser Rubrik hatte und mal wieder Lust auf die Nordland Trilogie und da die thematisch gut zusammenpassen. Tada, seht ihr, was ihr jetzt hier seht. Also, worum geht es hier? Ich würde sehr gerne eine Art Ratgeber machen. Ratgeber mit ganz dicken Anführungszeichen, weil das Wort irgendwie implizierte sich irgendetwas besser weiß als alle anderen, was natürlich totaler Quatsch ist. Was natürlich totaler Quatsch ist. Hier geht es im weitesten Sinn um die Frage, wie gestalte ich meinen Pen & Paper Abend oder auch meinen Pen & Paper Nachmittag erfolgreich. Beim Spieleabend heißt erfolgreich natürlich so, dass möglichst alle möglichst viel Spaß hatten. Die meisten Tipps, denke ich mal, richten sich an Spielleiter, weil die naturgemäß einen größeren Anteil an der Organisation und somit am Gelingen des Spieleabends haben. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass der Spielleiter dann immer an allem schuld ist, wenn irgendwas schief läuft. Spiele haben auch ihren Anteil daran, wie ein Spieleabend verläuft. Und es wird sicherlich auch mal Thema werden. Oder auch oft Thema werden. Aber ich denke, Spielleiter sind schon eher diejenigen, an die sich das richtet. Hauptsächlich werde ich wohl über DSA, also das Schwarze Auge, sprechen. Aber mehr, weil es im deutschsprachigen Raum am bekanntesten ist. Da es weniger um Regelfragen gehen wird, ist das Ganze auch auf D&D, Rollmaster, Shadowrun und was noch immer anwendbar. Wenn es sowas gibt, ist das wahrscheinlich sogar für eure Glücksbärchi-Rollenspielgruppe anwendbar. Wenn ihr wirklich eine Glücksbärchi-Rollenspielgruppe habt, dann schreibt mir darüber. Das interessiert mich. Ähm, wo war ich? Genau. Ähm, ja, also hauptsächlich DSA, aber das heißt jetzt nicht, dass es nur für DSA geeignet ist. Man könnte jetzt sagen, das ist Hilfe zur Konfliktlösung beim Pen & Paper Spiel am Beispiel von DSA. Ja, das ist gut. Bob, schreibt das auf. Wenn ich jetzt hier Tipps gebe oder Lösungen für bestimmte Schwierigkeiten vorschlage, dann spiegeln die natürlich nur meine Meinung wieder. Ich kenne keine Allheilmittel. Ich weiß nur, was bei meinen Gruppen funktioniert hat oder auch nicht funktioniert hat. Ich kenne meine ehemaligen und aktuellen Mitspieler. Ich kenne nicht eure. Wenn ihr anderer Meinung seid, als ich andere Erfahrungen gemacht habe, als ich, ab mit euch in die Kommentarfunktion. Schreibt mir darüber. Sagt mir, hey, wir haben das so und so gelöst. Oder schreibt auch, hey, wir haben deinen Vorschlag ausprobiert und das hat überhaupt nicht funktioniert. Blöde Ziege. Ne, im Ernst, schreibt mir. Das ist jetzt auch keine Floskel. Mich interessiert wirklich, was andere Leute so für Erfahrungen machen. Ich finde es immer wieder total faszinierend, wie ähnlich Pen & Paper Spieler sich untereinander sind und wie sie dann manchmal wieder so verschieden sind wie Tag und Nacht. Das ist wirklich spannend. Also deshalb nicht so dahingesagt. Das interessiert mich wirklich. So, das war erstmal das Wichtigste zur Rubrik. Passend zur ersten Folge fangen wir mal bei Null an. Wie baue ich eine Pen & Paper Runde auf? In dem Fall bezieht sich das auf die Spieler, nicht auf die Charaktere. In der nächsten oder übernächsten Folge werde ich sicherlich auch mal gucken, dass man so über die In-Game-Gruppenzusammensetzung sich Gedanken macht. Aber jetzt reden wir erstmal über die Leute. Es ist natürlich wichtig, Leute zu finden, die zueinander passen. Wenn ihr einen Mitschüler, Kommilitonen, Kollegen, was auch immer schon nicht ertragt, wenn ihr 15 Minuten lang mit ihm Frühstückspause machen müsst, wenn ihr ihn am Wasserspender trefft und kriegt dann schon fast das kalte Kunde. Ihr wisst schon, dann ist das sicherlich kein geeigneter Kandidat. Das versteht sich von selbst. Aber ihr solltet niemanden ausschließen, nur weil ihr bislang keine Freunde seid. Wenn euch jemand grundsätzlich sympathisch ist und ihr habt Pen & Paper als gemeinsames Hobby, ist das ja ein super Gesprächsthema. Dann kann man, denke ich, schon mal so ein bisschen vorfühlen und feststellen, ob die Spielweisen und die Arten des Spiels und die Vorstellungen von einem Pen & Paper, die man hat, ob die zusammenpassen. Wenn ihr jemanden eigentlich nett findet und ihr teilt mit ihm das Hobby, versucht es ruhig mal. Wenn ihr noch keine Freunde seid, vielleicht werdet ihr es ja. Das ist sicherlich mehr als einmal passiert. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Nur weil ihr jemanden seit dem Kindergarten kennt, dicke Freunde seid, was weiß ich, einander in Liebeskummer und Krankheit die Hand gehalten habt, heißt das nicht, dass euer Busenfreund auch ein guter Mitspieler wäre. Schon mal gar nicht, wenn er nur mitspielt, um euch jetzt einen Gefallen zu tun und sich eigentlich gar nicht für Pen & Paper interessiert. Klar, wenn er neugierig ist, sollte er euch herzlich willkommen sein. Vielleicht gefällt es ihm ja, aber ich habe einmal, ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, ich war damals jung und dumm. Auf jeden Fall, ich war in einer Pen & Paper Gruppe mit ein paar Jungs und habe damals einer Freundin immer wieder vorgehalten, dass wir dringend noch einen Mitspieler brauchen. Also das war zu einer Zeit, wo wir tatsächlich geglaubt haben, wenn auf einem Abenteuer draufsteht, vier bis sechs Helden, dann kann man das nicht spielen, wenn man zu dritt oder zu siebt ist. Mittlerweile wissen wir alles geht, wenn man nur so will. Aber damals, wie gesagt, jung und dumm. Auf jeden Fall habe ich ihr so lange was vorgejammert, bis sie dann irgendwann mal total von sich aus und total begeistert sagte, ja, ich kann ja mal mit euch mitspielen. Also sie war total begeistert, hat man ihnen auch total angemerkt. Auf jeden Fall, das war, gelinde gesagt, nicht so gut. Sie war nicht richtig bei der Sache, deshalb hat sie das alles nicht gerallt. Es war krampfig, es war schleppend, sie hatte überhaupt gar keinen Spaß. Die Gungs und ich haben gemerkt, dass sie überhaupt gar keinen Spaß hatte und dann hatten wir überhaupt gar keinen Spaß. Zusammenfassung, total blöde Idee. Also Kumpel hin oder her, wenn er von sich aus kein Interesse an Pen & Paper hat, dann geht gemeinsam ins Kino, in die Kneipe oder was auch immer ihr so tut. Wenn ihr so lange befreundet seid, werdet ihr ja gemeinsame Interessen haben. Aber zum Zocken sucht euch dann andere. Weiterhin kann es natürlich sein, zwei Leute sind ganz dicke miteinander und sind beide Pen & Paper Fans. Das heißt immer noch nicht, dass sie gut zusammen spielen können. Wie gesagt, die Spielweisen und Vorstellungen davon, wie so ein Pen & Paper Abend auszusehen hat, die müssen schon kompatibel sein. Nicht komplett deckungsgleich, aber kompatibel. Regelfuchser und freie Erzähler zum Beispiel können ganz schön aneinander geraten. Es gibt Leute, für die ist Aventurien, also das ist der Kontinent auf dem DSA-Abenteuer spielen, in Stein gemeißelt. Ohne Toleranz für Anpassung an Gruppenbedürfnisse oder Abenteuerbedürfnisse. Es gilt über Aventurien, was in den veröffentlichten Werken steht. So, andere spielen in einer Welt, die mit dem Kanon Aventurien eigentlich außer dem Namen gar nichts mehr gemeinsam hat. Und glaubt mir, es ist echt blöd, wenn darüber dann irgendwie Diskussionen entstehen. Ich stelle euch vor, ihr habt euch ein super Abenteuer ausgedacht und erzählt total episch. Es ist eine dunkle und stürmische Nacht. Der Mond ist hinter schwarzen Wolken verborgen. Kein einziger Stern findet seinen Weg durch die riesenhaften Bäume des Waldes. Doch das Glück ist euch hold. Mit traumwandlerischer Sicherheit findet ihr euren Weg. An der großen Eiche, das kann gar nicht sein, der Wald ist Teil der Besitztümer der Familie Koppenhoppendoppen. Und vor hundert Jahren hat Carlos Koppenhoppendoppen, der Klugscheißer, alle Eichen fällen lassen, wenn er so allergisch darauf war. Ich glaub, mir auf Dauer nerven solche Diskussionen nicht nur tierisch. Sie killen auch jede Atmosphäre. Wir werden sicherlich nochmal darüber reden, über Diskutierverhalten als separates Thema. Aber ich glaub, gewisse Diskussionen sollte man gar nicht erst aufkommen lassen, indem man dafür sorgt, dass nur Leute zusammenspielen, die auch wirklich ähnliche Vorstellungen vom Spielen haben. Es hat natürlich jetzt nicht jeder das Glück, dass in seinem näheren Bekanntenkreis, Freundeskreis oder unter den Kollegen noch andere Pen-and-Paper-Fans oder Pen-and-Paper-Spieler sind. Es gibt natürlich Online-Möglichkeiten, Spielerzentrale, mittlerweile World of Nerds zum Beispiel, wo man sicherlich Gleichgesinnte finden kann. Aber auch da gilt, sorgt dafür, dass durch euer Auftreten klar wird, wer ihr seid, wie ihr seid und was ihr sucht. Wenn ihr zum Beispiel Regelfuchser seid, dann sollte ein potenzieller Interessent das wissen. Ihr müsst ja nicht in die Beschreibung schreiben, wir sind übrigens totale Korinthenkacker, aber ihr könnt schreiben, dass ihr es ziemlich genau mit den Regeln, denen nicht so drauf steht, wenn die Regeln ständig gebeugt werden. Umgekehrt, wenn ihr in einem Aventurien spielt, das mit dem Kanon Aventurien nicht komplett deckungsgleich ist oder gar nichts damit zu tun hat, solltet ihr das auch schreiben. Einfach damit derjenige weiß, worauf er sich einlässt. Nur so am Rand. Und so ein paar organisatorische Sachen sind vielleicht nicht ganz unwichtig. Wenn ihr in einer Wohnung euch immer trefft, wo nicht geraucht werden darf, solltet ihr das zum Beispiel schreiben. Denn wenn ein Raucher in die Gruppe kommt und der dann immer runterlaufen muss, weil er vom Haus rauchen muss, ist das, denke ich, etwas, was er wissen muss. Das sage ich jetzt nicht, um Raucher zu dissen oder so, sondern es ist einfach ein organisatorischer Punkt, den man bedenken sollte. Das nur am Rand. Ja, zum Schluss noch etwas, was mir persönlich auf der, ja nicht auf der Seele brennt, aber was ich auch recht wichtig finde, ist die Integration von Pen & Paper Neulingen in eine Gruppe mit ansonsten erfahrenen Spielern. Ich denke, es sollte selbstverständlich sein, dass Veteranen geduldig sind mit Anfängern. Dass sie Verständnis haben, wenn man nicht auf Anhieb etwas kapiert. Als Veteran müsst ihr bedenken, ihr hattet jetzt Jahre, um eine Regel zu verinnerlichen. Dann kann der Anfänger da natürlich nicht mithalten. Der braucht dann vielleicht etwas länger, um etwas zu schnallen, mal abgesehen davon, dass Menschen eh unterschiedlich schnell lernen. Wenn ihr mal genervt seid, weil es etwas langsam vorankommt, ruft euch einfach mal in Erinnerung, mit was für Leuten ihr so über die Jahre gespielt habt. Und ich denke, die meisten von euch werden dann schnell sehen, dass Ahnungslosigkeit, weiß Gott nicht, die schlimmste Eigenschaft ist, die ein Mitspieler haben kann. Was den Spielleiter angeht, mein Vorschlag, wenn ihr die Möglichkeit habt, trefft euch als Spielleiter erst mal allein mit dem Neulingen oder auch mit den Neulingen, sei es ein separater Termin oder ihr bestellt die halt zwei, drei Stunden früher als die anderen. Wenn ihr nur online zockt, geht das vielleicht nicht, aber wenn es geht, solltet ihr das machen und dann sollte der Neuling auch die Charaktererstellung, Achtung, Achtung, mit Pen and Paper, mit Stift und Papier selber machen. Selber rechnen, selber denken, selber verstehen. Das ist nicht nur ein erster Schritt, um die Regeln kennenzulernen. Es macht, wie ich finde, einen Charakter auch immer mehr zum eigenen Charakter, wenn man ihn sich selber macht und nicht von einem Computer durchrechnen lässt. Noch ein weiterer Punkt zum Thema Neulinge, das brennt mir wirklich sehr auf der Seele. Ich höre es immer wieder, ach so, der ist neu, ja, dann lass ihn mal einen Krieger spielen, bloß nicht irgendwie ein Magier. Das sagen total viele, aber mir rollen sich da ehrlich gesagt die Fußnägel auf. Meiner Meinung nach macht das nicht. Erstens, so viel länger dauert das jetzt nicht. Jetzt beim Beispiel der SA, wer das Talentsystem kapiert hat, kapiert auch das Zaubersystem. Die funktionieren analog. Klar gibt es für Magier gesonderte Sonderfertigkeiten, aber die gibt es für kampfbasierte Charaktere auch. Und die Charaktererstellung dauert sicherlich ein bisschen länger, weil ein weiterer Bogen auszufüllen ist. Aber ich glaube, der Zeitaufwand ist es wert, angesichts der Tatsache, dass man ja im Idealfall mehrere Monate, wenn ich Jahre mit einem Charakter verbringt. Und da ist, denke ich, der geringere, der etwas größere Zeitaufwand doch gerechtfertigt. Das bringt mich auch zum zweiten Punkt. Selbst wenn wir jetzt mal um des Argumentes willen davon ausgehen, dass es einen Krieger zu spielen so viel einfacher ist als alles andere und es so viel länger dauert, alles andere zu kapieren, dass es alles viel komplizierter ist. Im Ernst, es stimmt, dass bei einem Anfänger das Frustrationspotenzial ungleich höher ist als bei einem erfahrenen Spieler. Aber ich glaube, mit einem aufgezwungenen Charakter gefangen zu sein, ist viel frustrierender als eine Regel nicht auf Anhieb zu kapieren. Wenn man jetzt schon seit Jahren spielt und Dutzende von Charakteren hatte und mit den meisten auch eine gute Zeit, fällt es vielleicht nicht so ins Gewicht, wenn ein Charakter mal nicht so toll war. Aber wenn direkt der erste Charakter, den man hat, ein Griff ins Klo ist, ist das einfach kein besonders positiver Start ins Pen & Paper Spiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einen Spieler schon mal entmutigt, bevor er richtig angefangen hat zu spielen. Und das sicherlich auch mehr, als wenn er die Regeln nicht sofort kapiert. Also im Ernst, dann dauert es vielleicht nicht zwei, sondern drei, vier, fünf oder sechs Sitzungen, bis es richtig läuft. Aber dafür senkt er die Gefahr, dass der Spieler frustriert nach zwei Sitzungen hinschmeißt. Also auch aus Sicht der Gruppe ist die Formel ganz einfach. Er investiert am Anfang etwas mehr Zeit, gewinnt dafür aber mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Spieler, der auch langfristig dabei bleibt. Wie gesagt, das sieht vielleicht jeder anders, aber meiner persönlichen Meinung nach ist es wirklich das Beste, einem Anfänger im Falle von DSA Wege der Helden in die Hand zu drücken und nicht zu sagen, hier guck dir alles an. Kulturen, Professionen, Rassen und mach, was dir gefällt. Über Schwierigkeiten reden können wir hinterher immer noch. Ist besser, als ihm irgendwas aufs Auge zu drücken, was er gar nicht möchte. So, ja, gut. Das war es auch schon für die erste Folge von Let's Play Pen & Paper. Und noch einmal, eure Meinung interessiert mich wirklich. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr wollt, auch auf meiner Webseite unter der Pen & Paper Rubrik. Seht ihr das Ganze wie ich? Oder seid ihr anderer Meinung? Wollt ihr etwas ergänzen? Oder brennt euch vielleicht irgendetwas anderes auf der Seele, das ihr gerne in dieser Rubrik besprochen haben möchtet? Immer raus damit. Ich bin sehr neugierig auf eure Meinung. Ja, damit verabschiede ich mich jetzt. Ich danke euch vielmals für eure Zeit. Passt bitte auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!